Wir sind in Chemnitz und die Firma Striegestaler Wiesenei ist in Chemnitz eingetroffen und erzählt jetzt selber was dazu. Ja, guten Tag, liebe Kunden. Mein Name ist Jörg Naumann, ich vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb. Wir kommen aus der Gemeinde Striegestal, speziell aus Pappendorf. Das Striegestal, das Tal der Manufakturen. Wir vertreten hier mit unserem Landwirtschaftsbetrieb die Marke Striegestaler Wiesenei. Wir haben im Jahr 2016 mit der vollmobilen Hühnerhaltung begonnen, haben uns dann Schritt für Schritt weiterentwickelt, haben uns im Jahr 2017 CAD zertifizieren lassen. CAD ist das einzige Rückverfolgbarkeitssystem, was es für Eier gibt und haben uns dann stetig weiterentwickelt. Die Entscheidung jetzt hier mit dem Verkaufsautomat hier nach Chemnitz zu gehen beruht auf einer Partnerschaft, die wir zum einen mit dem Büschelhof Eibenberg eingegangen sind, die uns dann hier diesen Automat betreiben. Wir liefern nur einmal in der Woche an. Die Kollegen hier übernehmen das Auffüllen, falls Störungen auftreten, halt den kompletten Betrieb. Und ich sage mal, die Zeiten jetzt haben uns gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Vermarktung, speziell die Direktvermarktung, die wir betreiben, wird immer schwieriger, so dass wir unsere Ware deutlich breiter streuen müssen und dass wir den Aufwand immer höher betreiben müssen, unsere Ware loszuwerden. Abwetter kann man Delta, weil da reicht es nicht. Nein. 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 tys. Untertitelung des ZDF, 2020